Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu Tommy's Watch zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, die Tage werde ich keine Videos hochladen können. Grund dafür ist, weil ich morgen einen Weisheitszang gezogen bekomme. Und da kann ich auf jeden Fall nicht so gut sprechen. Weil sonst höre ich mich an, als hätte ich mit Klitschko um das Wetter geboxt. Und deswegen, ich glaube das wollt ihr nicht, sonst höre ich mich hinterher an wie Sylvester Stallone oder wie Arnold Schwarzenegger. Nein, Spaß beiseite Leute. Dass ihr Bescheid wisst, dass ihr euch nicht wundert, wie gesagt. Und ja, ich bin mal wieder raus und sagt mal bis die Tage und ciao, euer Tommy's Watch. Peace.